Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Heute bin ich zu Hause und zwar aus dem guten Grund, weil ich nämlich ein kleines Paket bekommen habe, also klein ist es nicht wirklich. Und in diesem Paket ist ein Greenscreen drinnen mit Softboxen und drei verschiedenen Stoffen. Und den werde ich heute hier aufstellen und das werdet ihr im Zeitraum versehen von zwei verschiedenen Perspektiven. Ich habe da drüben die GoPro platziert und hier kommt dann gleich die große Kamera hin. Und ja, aber jetzt erst mal gleich das seht ihr, wie ich das Ganze auspacke. Ja. So, dann machen wir es mal auf. Also ich hatte es schon mal offen, weil es hier auf der Seite leicht beschädigt war. Ich habe es jetzt schon mal aufgemacht, aber zum guten Glück in zwei Schatten drinnen. Oder auch zu meinem Nachteil. So ein bisschen Karton weggefahren. Ja. Auf einer Seite ist es schon offen. Genau. So. Mal schauen, wie ich das aufkriege. Ich hoffe, man hat es gerade die Adresse nicht gesehen. Sonst dauert es noch mehr ab. Ja, ich denke, es ist uns ein bisschen gut. Gehen. Einmal hier einen schwarzen Stoff, dann aber den weißen Stoff und dann natürlich den grünen Stoff. Dann haben wir hier auch noch was. Das sieht und fühlt sich an nach einer Softbox. Die lege ich jetzt mal kurz da hoch. Hier wird jetzt wahrscheinlich genau das gleiche drinnen sein. Ähm. Ja. Mal schauen. Wie gut seht ihr das? Sehr gut. Super. Ach, das sieht nach Glühbirne aus. Oder, naja, wie auch immer. Wie auch immer, Glühbirne ist es ja nicht mehr. Und wahrscheinlich ein Sparland. Dann wird hier genau das gleiche drinnen sein. Legen wir das auch mal zur Seite. Dann nehmen wir mal das hier. Ähm. Warte was. Nehmen wir mal kurz alles raus. So. Nehmen wir alles raus. Und dann hier auch noch auf den Weg raus. Ähm. Dann noch kurz reinschauen. Hier hat es schon lecker öffnet. Okay. Hier ist ein Stativ. Wahrscheinlich für die Softbox. Nehmen wir an. Ja. Das wird alles für den Green Screen sein. Das sind die Zwischenstangen. Theoretisch. Ja. Das sind die. Gut. Gut. Und dann wird hier noch die andere Seite sein. Genau. Und würde ich sagen, dass ich jetzt mal das Ganze aufbauen. Und das seht ihr jetzt im Zeitrafen. Gut. Und ciao. Gut. Und最後. Jetzt ist alles soweit bereit, jetzt mache ich hier noch den Stoff ran und dann sehen wir uns nochmal, ja, dann zeige ich nochmal alles, wenn es komplett fertig ist, bis dann. So, jetzt habe ich das Ganze aufgebaut, die Softboxen sind jetzt auch am richtigen Ort, jetzt zeige ich euch das noch kurz, wie ich das aufgebaut habe, es ist jetzt noch ein bisschen unordentlich, auch das Carbon Management, das ist, also, welches Carbon Management, weil ich sehe im Moment gar keins und das ist ein bisschen schade, aber das kommt dann noch, irgendwann, ja. So, jetzt habe ich hier einen Softbox, den zweiten, platziert und, ja, dann auf, also übrigens den Stuhl, wenn ich das mit der Facecam mache, da, wird der Stuhl hier auch unsichtbar wegen dem grünen, weil das ziemlich die gleiche Farbe ist. Dann habe ich hier jetzt den Greenscreen, ähm, diese Box ist hier nur provisorisch, die kommt dann noch, ähm, hier dran, aber, ja, im Moment fällt mir das passende Stück dazu noch. Ähm, ja, so sieht es dann im Etwa aus, wenn man ins Zimmer reinkommt, haben wir hier die Facecam, äh, hier haben wir die Facecam, hier die zwei Softboxen, ja, und hier sitze ich dann normalerweise. So, das war's auch schon für das Video, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, das würde mich sehr freuen, und wenn alles geklappt hat, dann sollte hier hinter mir gerade Strand sein, ich hoffe, ich habe es geschafft, aber, ja, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Outro